Okay Freunde, hungriger Hugo, wollen wir rein? Ich hab Bock, let's go! Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga! Boah, ich hab auch schon mal überlegt, ob ich meine Kanalmitgliedschaft aktivieren soll, aber ich dachte mir so, ey, Digga, das habt ihr doch einfach bei Twitch rein, viel einfacher. Hungriger Hugo! Der hungrige Hugo! Was für ein Schwitzer! Scheiße, Platz 11! So, so verschwitzt du dich! Der hat irgendwie Headshots, schon wieder! Oh nein, er nennt ihn Schwitzer und Trimix macht den! Freunde, man kann natürlich nichts verschwitzen, aber ist natürlich funny. Der scheiß Fischreier ist schon wieder da, aber ich will ihn auch nicht verscheuchen. Oh mein Abgang, der Hund! Ohohoho! Ohohoho! Hey, vielleicht müsst ihr gar nicht in den Zoo, um Tiere zu sehen. Es scheint, als gäbe es hier auch wilde Tiere. Ohohohoho! Rudel Jungs Mom ist rassistisch! Oh hohohohoho! Ich verteidige die Serie mal, das liegt nicht, das liegt an ihrer Hautfarbe, Freund, das liegt an ihrem Verhalten. Kannst du das auch schon um 18 Uhr hochladen, weil meine Katze wird um 19 Uhr. Oh mein Gott, oh mein Gott, was denn, oh nein, oh nein, was, Schluss, Schluss, bitte darüber. Das war gar kein Witz, Freunde. Ein Mann, ein Ziel. Geschafft. Oh nein, Digga, er kommt nicht mehr runter. Oh nein, oder? Okay, Freunde, ich sage euch mal was, da muss man immer sehr aufpassen, wie man es formuliert. Erstmal vorab, everybody's beautiful. So, fühlt euch schön in eurem Körper. Aber ich sage mal so, überlegt euch wirklich, ob ihr halt, welchen Körper ihr halt haben wollt, so quasi. Weil, ich finde es immer ein bisschen blöd. Imagine, euer Körper schränkt euch eigentlich einfach im Leben ein. Man muss ja nicht Adonis fucking durchtrainiert sein, so. Aber im Minimum, die meisten werden runtergekommen. Und wenn man halt einen, sag mal, gesünderen Körper hat, dann kommt man da runter. Easy. Deswegen, überlegt euch, wie ihr euch selber im Leben einschränken wollt. Aber trotzdem, falls ihr sagt, ey, ich möchte so einen Körper haben, ne? Ich sage dann nicht, dass ihr das nicht tun dürft. Everybody's beautiful. Aber ich finde es immer so ein bisschen schade, dass Leute sich so krank einschränken. Nur aufgrund ihres Körpers. Naja, egal, wir machen weiter. Sind sie freiwillig runter oder müssen wir raufkommen? Let's go. Monta als NASA-Mitarbeiter. Zehn. Neun. Acht. Sechs. Sieben. Fertig. 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 W affairs. Fertig. Sollen wir eigentlich auch mal so ein paar Mal einen Arrive-Workout machen? Wär echtig funny, oder? Was macht er denn da? Ach, er macht den... Freunde, er macht den Adler! Ihr seht's grad gar nicht. Abi, macht den Adler! Er macht den Adler, Freunde! Ich hab ihn erfunden und er macht ihn schon nach. Perfekt, Freunde. Fuck you. Wir können als das so gut machen, aber machen wir noch ein Mom. Die Genevefeest, he. Wir werden heute davon aus, dass es ebenementen werden, die zurückzuholen. Er schubst ihn einfach weg! Hä, was ist mit ihm? Das ist Amy, ist echt... Also klar, er ist ihn reingefahren, war blöd, aber warum schubst du ihn weg? Nicht ganz einfach an ihm gehen. Nee, es ist halt auch immer abhängig zu den Aufschüssen du drauf hast. Was hat der hier hingetan? 81! Außergewöhnlich niedrig! Mom! Montes Weisheit in der Woche. Wie macht man das eigentlich? Das habe ich mich noch gefragt. Wenn ich das, wenn ich das, das, äh, 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 äh... Da hätte ich auch an, alles andere hätte ich mich auch an... Wie fühlt sich eine Sucht an? Eine Sucht fühlt sich an wie eine Sucht. Baba. Toilette gehen, Häufchen setzen, 10 Minuten am Handy chillen, 15 Minuten Gameboy spielen, und da brauchst du gar nicht abwischen, weil es schon von alleine getrocknet. So sag ich... Den fühle ich aber voll, den fühle ich! Kennt ihr das? Wenn ihr so auf TikTok scrollt oder so, babam, 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 babam... Und dann wisst ihr nicht mehr, shit habe ich geschissen eigentlich, oder? Was habe ich gemacht? Kennt ihr dis? Aus vollster Überzeugung, Geld macht nicht glücklich. Die Leute, die sagen, äh, Geld macht nicht glücklich, äh, ich glaube, die haben noch nie viel Geld gehabt. Oh, ne. Ist das einfach so. Das ist nicht so eine gute Idee. Ähm, ich habe den anderen Leuten, die hergekommen sind, gesagt, hey, das ist gerade nicht so eine gute Idee. Ich habe mir... Hey, was ist das? Ich habe den anderen Leuten, die hergekommen sind, gesagt, hey, das ist gerade nicht so eine gute Idee. Warum... Warum, warum, warum ist denn ein neues Unge Bild drin? Das hat er gar nicht gesagt in dem Moment, Freunde. Ähm, ich habe den anderen Leuten, die hergekommen... Das hat er gar nicht gesagt! Hey, das ist gerade nicht so eine gute Idee. Und dann hat er darauf reaktet, Freunde. Nee. Das hat Unge gar nicht gesagt in dem Moment. Warum liegt denn da eine neue Facecam drüber? Kann mir das jemand erklären? Ich verstehe es nicht, Freunde. Ich verstehe es nicht. Anderen Leuten, die hergekommen sind, gesagt, hey, das ist gerade nicht so eine gute Idee. Ich habe mir professionellerweise das Game noch nicht runtergenommen. Hast du das Game... Ach so? Das ist kein Ding, weil das geht ganz fix. Wie ich dich kenne bestimmt nicht Omega Loot. Shut the f*** up, Fabi. Stell dir vor, du pennst einfach, voll Tiefschlaf und wachst durch einen brutalen... Boah, weißt du, was lustig ist, Reezus ist ja bald auch in solchen Twitch-Compilations mit drin, Freunde. Oh mein Gott. Paper Hands, ich habe Bock. Schlag in die Fresse auf. I like the culture. Keine Ahnung, aber das ist wahr. Der sieht auch ein bisschen aus wie TribeXer. Der sieht auch aus wie TribeXer. Der sieht auch aus wie TribeXer. Der sieht auch aus wie TribeXer. Digger, krasser Konter, Bro. Krasser Konter, Bro. Krasser Konter, Bro. Oh, du bliebst vorhin nochmal... Oh, du bliebst vorhin nochmal... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Stark. Aber du kannst ja, ne? Ja, ja, ich habe das schon mal gemacht. Oh, oh, oh. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, 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 das ist immer... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Perfekt. Oha, das sind so Dinos. Kennt man schon. Was wollt ihr die ganze Zeit, ob ich ohne Hand aufstehen kann? Könnte ich, mach ich ja aber nicht. Warum sollte ich auch? Ich bin nicht schuldig, jemandem was zu beweisen. Nein, das kannst du eben nicht. Ich bin 28. Meinst du, ich fall da drauf rein? Ich bin gleich wieder da, Leute. Nope. Ah, das Sofa ist immer so tief. Das Sofa ist immer so tief, Freunde. Okay, ohne Hände aufstehen, Freunde. Pass auf. Okay, Freunde. Vom Boden ohne Hände aufstehen. Ob wir es auch können? Vielleicht kann ich das ja nicht. Okay, vom Boden ist schon tricky. Merke ich gerade. Scheiße. Okay, vom Boden ohne Hände aufstehen. Ah, ich mach kurz Kopfhörer ab. Geht das überhaupt? Ja. Das ist aber nicht Action. Ich find's halt nur Fahni, dass er sagt, er könnte es. Das ist das Lustige. Warte, hab ich ihn gelöscht inzwischen? Achso, nicht du das Video. Ja, okay, okay. Ja, aber ich glaub, es war eher der Gag, dass er gesagt hat, er kann es. Ist ja okay, wenn er dick ist. So. Okay, okay. Oh nein, Kevin hat auf der Wii Pornos. Äh, äh, hallo. Hahaha. Oh, no, 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 no. Auf der Wii einfach. Mikro schafft das. Einwechseln. Komm schon, Mikro. Tot. Ich will der Allerbeste sein. Keiner von der Part. Jemand sagt, kannst du deine Schulter mit deinem Handgelenk berühren? Du meinst die Schulter? Nee, das geht nicht, Bruder. Das geht physikalisch nicht, sagt jemand, genauso wie Ellenboden ablenken. Das stimmt nicht, Miriam. Äh, ich kenne jemanden, der kann seinen Ellenboden ablenken. Der kann das. Der kann halt so seine Schulter so nach hinten machen und dann so, äh, machen. Aber ja, ich kann das nicht. Digger, wer macht denn hier den Alu-Ampa-Song? Wo ist denn der, Digger? Okay, den, actually, den Clip kenne ich, das ist funny. Du musst SRG, weißt du? Ja, ne? Hörst du das? Digger, der muss doch oben auf dem Dach sein. Da ist er doch, guck mal hier. Ohne Scheiß, ich lieb Streamsniper. Fühl dich, Alter, fühl dich. Mach mal Musik aus, mach mal Musik aus. Gib mir alle deine Klamotten, sofort. Sonst gibts nen Headshot. Ich hab's ihm gesagt, Klamotten aus. Wollt er nicht. Das sagte einst ein... Stark, einfach stark. ...weiser Mann. Ach, f*** mein Arsch. Perfekt. Geh ihm nicht zu nah, Max, sonst one-hitted er dich instant. Das ist der einzige Spoiler, den ich jetzt hab. Schieß instant auf ihn, bumm, alles was dort. Aber nicht da, ich sag, doch geh nicht zu ihm. Oh, Mom. Beste. Hä? Und wie alt bist du? Album. Wie alt, ja? Okay. Hey, yo, uh, 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 one on the left, you're f***ing beautiful. My left. Oh, no, 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 no. Oh, no. Sorry. Aiiiiiii. Freunde. Das ist ja der Ocean Pack, ne? Genie Mann, kennt ihn. Einfach kaputt gemacht. Was? Was? Das war ich dein. Du spuckst, du spuckst. Hör auf zu spucken. Ja komm komm, der macht's gut, 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 Junge der macht's eh nicht gut, der macht's eh nicht gut, im Gegensatz zu seinem Friseur, der macht's nicht so gut. Ist das ABK? Ne, ist das ABK? Arbeitst du hier? Ja. Was machst du da am Laptop? Da ist mir ja eine Frau mit mir, Alter. Ich betäube meine Sinne! Digga, der Track hätte so gut gepasst. Bisher erster Eindruck noch der Normalste, aber kann sich auch ganz schnell ändern. Hatte ich nen guten Riecher? Denn in welcher Welt sind Tanznamender nicht normal? Oh jetzt kommt, oh nein, jetzt kommt, oh nee, Papa P, oh nein. Ich hab das Video gesehen, Freunde, von Papa P, von seinem Tanzauftritt. Oh nein. Oh ja. Nein. Soll er ja machen, Freunde, es ist halt trotzdem lustig. Weil es irgendwie nicht mehr zu ihm passt, so I don't know. Auch dieser, wie er steht, ist schon lustig. Ist schon lustig. Ey, war wieder ein Baba Video von Hugo. Gebt auf jeden Fall ein Like. Der Kanal explodiert doch gerade, ne? Also freut mich sehr für ihn. Also sehr gute Videos, muss man auf jeden Fall sagen, sehr gute Videos. Ey, YouTube, was geht ab? Und, äh, was habt ihr zu tun? Abonnieren, liken, hallo YouTube, liken, 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 haha. Ja, wir sehen uns auf Twitch ab jeden Morgen unterhalb der Woche, ab 9 Uhr bis 15 Uhr. Ja. Ne? Tschüss.